Ganz herzlich willkommen zu diesem Video. Es trägt einen ungewöhnlichen Titel und es wendet sich insbesondere an Lehramtsstudenten, Lehrkräfte an Schulen, die Stochastik unterrichten, an Fachleiter Mathematik, die Referendare ausbilden, an Schulbuchautoren sowie an interessierte Schülerinnen und Schüler. Anlass für dieses Video ist ein anderes Video, in dem ich zeigen möchte, welchen Wert eine binomial verteilte Zufallsvariable mit der größten Wahrscheinlichkeit annimmt. Zur Veranschaulichung sollte ein Stabdiagramm einer solchen Verteilung dienen. Als ich dann in Schulbüchern nachsah, musste ich feststellen, dass der Begriff Stabdiagramm überhaupt nicht mehr vorhanden ist. Stattdessen stieß ich nur noch auf Histogramme. Wir werden gleich sehen, dass dieser Begriff im Zusammenhang mit dem Konzept einer diskreten Wahrscheinlichkeitsverteilung geradezu absurd ist und Histogramme der grafischen Darstellung der Häufigkeitsverteilung gruppierter Daten vorbehalten sein sollten. Sehen wir uns das Ganze mal an. Es gibt unter anderem zwei konzeptionell sehr unterschiedliche Klassen von Verteilungen. Zum einen hat man stetige Verteilungen, wie etwa die Normalverteilung, die Exponentialverteilung oder auch die stetige Gleichverteilung auf einem Intervall. Zum anderen gibt es diskrete Verteilungen, wie etwa die Binomialverteilung oder die Poissonverteilung. Fangen wir mit stetigen Verteilungen an. Eine Zufallsgröße x heißt stetig verteilt, mathematisch genauer absolut stetig verteilt, mit der Dichte f. Falls gilt, die Wahrscheinlichkeit, dass x einen Wert in einem Intervall von a bis b annimmt, ist das Integral der Funktion f über dem Intervall von a bis b, und zwar für jede Wahl von a und b. Für die Schule ist das Integral ein Riemann-Integral und die als nicht negativ angenommene Funktion f ist bis auf endlich viele Stellen stetig. Im Hinblick auf das Axiomensystem der Stochastik wird f allgemein als messbar angenommen und das Integral ist als Lebesgue-Integral zu verstehen. Zur Veranschaulichung ein Bild hierzu. Man sieht den Graphen einer solchen Dichte f und die Wahrscheinlichkeit, dass x einen Wert im Intervall von a bis b annimmt, kann als Fläche zwischen der x-Achse und dem Graphen von f über dem Intervall von a bis b gedeutet werden. Da das Integral über ein entartetes Intervall, das nur aus einem Punkt besteht, gleich 0 ist, folgt, dass eine stetige Zufallsvariable jeden gegebenen Wert nur mit der Wahrscheinlichkeit 0 annehmen kann. Sehen wir uns jetzt das Konzept einer diskreten Zufallsgröße an. Man nennt eine Zufallsgröße x diskret verteilt, wenn folgendes erfüllt ist. Es existieren endlich viele oder absehbar unendlich viele reelle Zahlen, nennen wir sie t1, t2 und so weiter, sodass gilt, die Summe der Wahrscheinlichkeiten, mit denen diese Werte angenommen werden, ist gleich 1. Bei endlich vielen Werten, wie etwa bei einer Binomialverteilung, stehen hier natürlich nur endlich viele Summanden. Bei einer Verteilung, wie zum Beispiel der Poisson-Verteilung, bei der jede nicht-negative ganze Zahl auftreten kann, treten unendlich viele Summanden auf und wir haben es mit einer unendlichen Reihe zu tun. Entscheidend bei diesem Konzept ist, dass ausschließlich einzelne reelle Zahlen eine positive Wahrscheinlichkeit besitzen. Wie kann man eine solche diskrete Verteilung veranschaulichen? Ich möchte das einmal anhand eines einfachen Beispiels mit nur drei Werten tun. Das probate und auch früher in Schulbüchern verwendete Mittel ist das Stabdiagramm. Auf einer horizontalen Achse werden hierzu die möglichen Werte t und auf der vertikalen Achse die zugehörigen Wahrscheinlichkeiten, dass x diese Werte annimmt, aufgetragen. Man sieht hier drei Werte mit den zugehörigen Wahrscheinlichkeiten in Form von Stäbchen dargestellt. Die Summe der Stäbchenlängen ist gleich 1 und am oberen Ende des Stäbchens wird gerne ein mehr oder weniger ausgedehnter Punkt angebracht, um anzudeuten, dass es sich um Punktmassen handelt. Es tragen wirklich nur einzelne Punkte auf der reellen Achse eine positive Wahrscheinlichkeit. Man nennt die Funktion, die jeder reellen Zahl t, die Wahrscheinlichkeit, dass x den Wert t annimmt, zuordnet, manchmal auch die Wahrscheinlichkeitsfunktion der Verteilung von x. Die mit einer diskreten Verteilung verbundene anschauliche Vorstellung ist also die von Punktmassen und obige grafische Darstellung heißt Stabdiagramm. Es sollte klar sein, dass diskrete Verteilungen begrifflich absolut nichts mit Flächen zu tun haben. Jetzt kommt aber in Bezug auf die Verbindung des Begriffs Histogramm das Dilemma. Ich gebe einmal den obigen Werten t1, t2 und t3 konkrete Zahlen, nämlich 0,5, 1 und 5. Die zu diesem Stabdiagramm gehörende Verteilung ergibt sich folgendermaßen. Man wirft drei echte Würfel gleichzeitig. Zeigt kein Würfel eine 6, erhält man bei einem Spiel einen Trostpreis von 50 Cent, also einem halben Euro. Zeigt genau einer der Würfel eine 6, gibt es einen Euro und wenn mindestens zwei der drei Würfel eine 6 zeigen, erhält man 5 Euro. Natürlich lässt sich über einen fairen Einsatz bei diesem Spiel nachdenken, aber das ist nicht Thema dieses Videos. Wie wir gleich sehen werden, liegt das Dilemma im Hinblick auf die Verwendung von Histogrammen in der Schule darin, dass ich mir erlaubt habe, dem Wert 1,5 eine positive Wahrscheinlichkeit zukommen zu lassen. Man fragt sich natürlich ganz unbedarft, warum das ein Problem sein sollte. Wir werden gleich sehen, warum. Um diese Folie abzuschließen, sei noch gesagt, dass man selbstverständlich die Stäbchen zwecks besserer Sichtbarkeit auch etwas breiter machen könnte, zum Beispiel so. Es muss aber immer der Eindruck erhalten bleiben, welche einzelnen Werte die Zufallsgröße x mit welchen Wahrscheinlichkeiten annimmt. Eine Assoziation von diskreten Verteilungen mit Flächen darf nicht entstehen. Auf der nächsten Folie zeige ich zunächst einmal, wie diskrete Verteilungen bis vor ungefähr 20 Jahren in Schulbüchern dargestellt wurden, nämlich mit Hilfe von Stabdiagrammen. Als Beispiel habe ich hier die Verteilung der Augensumme beim zweifachen Wurf mit einem echten Würfel genommen. Man sah eine solche Darstellung oder auch eine solche? Und das war bis circa zum Jahr 2000 so. Danach sieht man etwas, das so aussieht. Und das ich persönlich als eine stückweise konstante Dichte einer stetigen Zufallsgröße interpretieren würde. Es ist aber eine das Konzept einer diskreten Verteilung ad absurdum führende Darstellung mit Hilfe von Histogrammen. In dem betreffenden Buch las sich dann folgendes. Wahrscheinlichkeitsverteilungen können durch Histogramme veranschaulicht werden. Gemeint sind hier diskrete Verteilungen und zwar nur ganz spezielle. Wie wir jetzt sehen werden, fällt nämlich meine auf der letzten Folie angegebene Verteilung nicht darunter. Den lesen wir weiter. Auf der horizontalen Achse werden die Werte der Zufallsgröße x abgetragen, auf der vertikalen die zugehörigen Wahrscheinlichkeiten p von x gleich k. Es geht also offenbar nur um diskrete Verteilungen, die ausschließlich ganzzahlige Werte annehmen. Ein Wert von 0,5 ist also ausgeschlossen, was natürlich den Blick einengt und eine konzeptionelle Abrüstung bedeutet. Jetzt kommt eine apodiktische Aussage, nämlich die Rechtecke haben alle die Breite 1. Die Höhe der Rechtecke entspricht den Wahrscheinlichkeiten. Die Maßzahl der Fläche der gesamten Figur ist gleich 1. Es ist klar, dass man an eine solche Veranschaulichung einer diskreten Verteilung überhaupt nur denken kann, wenn ausschließlich ganzzahlige Werte angenommen werden. Das trifft zwar für die momentan als Schlüsselkonzept angepriesene Binomialverteilung zu, die so ziemlich für alles herhalten muss. Das begriffliche Verständnis einer diskreten Verteilung wird aber konterkariert. Um es auf die Spitze zu treiben, zeige ich einmal das nach obiger Regel gebildete Histogramm einer denkbar einfachen Binomialverteilung, nämlich derjenigen mit n gleich 1 und p gleich 1,5. Die beiden einzigen Werte, die hier angenommen werden, sind 0 und 1 und das mit gleicher Wahrscheinlichkeit 1,5. Das Stabdiagramm dieser Verteilung sieht also so aus. Beim Histogramm werden Rechtecke der Breite 1 gezeichnet, die in den beiden möglichen Werten also 0 und 1 zentriert sind und es ergibt sich dieses Bild. Ich möchte diese Darstellung nicht groß kommentieren, sondern nur sagen, dass sie mich an die Dichte einer stetigen Gleichverteilung im Intervall von minus 1,5 bis 3,5 erinnert. Hierzu muss ich nämlich nur den Strich in der Mitte und die beiden Striche an den Rändern entfernen sowie die Beschriftungen der Achsen ändern und schon liegt der Graph der Dichte dieser Gleichverteilung vor. Ich möchte jetzt kurz auf das von Karl Pearson eingeführte Histogramm eingehen. Interessant ist, was Pearson dazu geschrieben hat. Er hatte den Begriff im Rahmen einer Reihe von Vorträgen zur Statistik eingeführt. Das Histogramm ist ein schlagkräftiges Mittel, um empirische Häufigkeitsverteilungen auch bei großen Datenmengen zu veranschaulichen. Dargestellt werden Rechtecke. Dabei ist die Fläche eines Rechtecks gleich der relativen Häufigkeit der Daten in dem Intervall, das die Grundseite des Rechtecks bildet. Dabei können die Grundseiten unterschiedliche Längen aufweisen. Machen wir dazu ein Beispiel. Dieses aus acht Rechtecken bestehende Histogramm wurde aufgrund dieser 100 Werte angefertigt. Was sich dahinter verbirgt, ist hier zweitrangig. Wie ist dieses Histogramm entstanden? Nun, man sieht hier die Grenzen der Intervalle, die die Grundseiten der Rechtecke bilden, und die Rechteckflächen sind die relativen Anteile aller Werte in den jeweiligen Intervallen. Die Summe der Rechteckflächen ist also gleich 1. Ich nehme mal die Daten weg. Um das allgemeine Konzept zu verdeutlichen, beschrifte ich die Grenzen der Intervalle mit a1, a2 und so weiter bis a s plus 1. Es seien also allgemein s Intervalle und damit Rechtecke. Man nennt diese Intervalle auch Klassen und ich nehme die Intervalle bewusst als halboffen an. Der jeweilige linke Endpunkt soll also dazugehören und der rechte nicht. Damit kann jeder Datenwert genau einem Intervall zugeordnet werden. Wir nehmen an, dass alle Daten x1 bis xn im Intervall von a1 bis a s plus 1 liegen. Bezeichnet für jedes j von 1 bis s hj die Anzahl aller Daten im Intervall von aj bis aj plus 1, also in der j-ten Klasse, so wählt man die mit dj bezeichnete Höhe des Rechtecks über diesem Intervall so, dass das Produkt aus Grundseite und Höhe, also die Fläche des Rechtecks, gleich der relativen Häufigkeit der Daten in der j-ten Klasse ist. Bei wachsendem n, also immer mehr Daten, wird man auch die Anzahl s der Klassen vergrößern. Ich kann im Rahmen dieses Videos nicht auf die damit verbundenen Fragen eingehen, sondern möchte nur sagen, dass man mit Hilfe von Histogrammen unbekannte Dichten schätzen kann. Dabei nimmt man an, dass die Daten Realisierungen unabhängiger Zufallsvariablen mit gleicher unbekannter Dichte sind. Auf einer letzten Folie möchte ich zeigen, dass man zur Veranschaulichung des zentralen Grenzwertsatzes von Demoavre-Laplace Histogramme standardisierter Binomialverteilungen verwenden kann. Wichtig ist hier die Standardisierung. In dem Fall sind die Mittelpunkte der Rechtecke die Werte, die eine standardisierte Binomialverteilte Zufallsgröße annimmt. Die Rechteckflächen sind die zugehörigen Binomialwahrscheinlichkeiten. Die Punktmassen werden also hier mit Hilfe von Flächen sichtbar gemacht. Für den Fall p gleich 0,3 sieht man hier das Histogramm zu n gleich 5, hier zu n gleich 20, hier zu n gleich 50 und hier zu n gleich 100. Zudem ist im Fall n gleich 100 noch der Graph der Dichte der Standardnormalverteilung eingezeichnet. Weiteres hierzu findet sich in meinem Video zum zentralen Grenzwertsatz für die Binomialverteilung.